Musik Mit unserer Ausstellung Enjoy, die Mumok-Sammlung im Wandel, feiern wir drei Jubiläen. 40 Jahre Österreichische Ludwig Stiftung, 20 Jahre Mumok im Museumsquartier und zehn Jahre nach meiner programmatischen Antrittsausstellung, die auf allen Ebenen des Museums unsere Sammlungsschwerpunkte von der klassischen Moderne bis hin zu zeitgenössischen Positionen präsentiert hat und dazwischen Kunstwerke integrierte, die mein Team und ich uns als Erweiterung und als Ergänzung der Sammlung gewünscht haben. Musik Ein Schwerpunkt war von der sammlungspolitischen Zielsetzung getragen, vermehrt Künstlerinnen in die sehr stark von Männern dominierten Sammlungen der 60er und 70er Jahre zu integrieren. Aufgrund der geopolitischen Lage Wiens im Zentrum Europas und der Brückenfunktion zwischen West und Ost wollten wir verstärkt osteuropäische Positionen integrieren. Wir haben verstärkt auf Malerei gesetzt und unsere Schwerpunkte ausgebaut und erweitert. Des Weiteren haben wir zunehmend nicht westliche, außereuropäische Künstlerinnen und Künstler in unsere Sammlung aufgenommen. Musik Es ist dem unglaublichen Engagement von Sammlerinnen und Sammlern, Künstlerinnen und Künstlern, unserem Mumok Board, der Gesellschaft der Freunde der Bildenden Künste, dem Philanthropischen Förderverein Phileas sowie vielen anderen zu verdanken, dass wir unsere Sammlung durch ca. 1.100 Schenkungen, 350 vorwiegend zweckgebundenen Ankäufen sowie 110 kapitalen Werken durch die österreichische Ludwig Stiftung als Dauerleihgabe an unser Haus binden konnten. Musik Die Sammlungsausstellung in Scheu, die Mumok-Sammlung im Wandel, präsentiert unterschiedliche Themenschwerpunkte von der klassischen Moderne bis hin zu zeitgenössischen Positionen, wobei generationsübergreifende Dialoge stattfinden. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, ich freue mich, dass ein Museumsbesuch wieder möglich ist und ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Entdeckung unserer wunderbaren Sammlung. Musik 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 Vielen Dank.